Maggot, es ist egal wo wir hinkommen, du bist der absolute Fan-Favorite, überall Standing Ovations, aber als kleine Recap, du hattest die Chance in Dresden gegen Lawrence Roman die Shotgun Championship wieder zu gewinnen, das Match ist in einem Time-Limit-Draw geendet, dann neulich in Hamburg wieder die Chance gegen Lawrence Roman, hast du verloren, in Papenburg gab es richtige Unstimmigkeiten zwischen euch und daher meine Frage, was zur Hölle ist gerade los beim Son of Nothing? Also erstmal, danke wieder für deine super Fragen, die überhaupt nicht schwer zu hören sind, aber ist okay, du machst nur deinen Job, ich weiß, ich wollte es immer gesagt haben, aber ehrlich gesagt, jeder erinnert sich glaube ich dran, dass ich letztes Jahr einen ziemlich krassen Lauf hatte, und ich glaube, man sieht daran, so, das Karussell dreht sich weiter, weißt du mal, läuft's halt geil und dann ist halt mal wieder ein Scheißtag dabei, ich meine Arzt, das ist auf jeden Fall ein Schleimscheißer, so, darüber brauchen wir nicht zu reden, so. Jetzt mal ohne Scheiß, reg dich doch mal auf, what the fuck, das kann nicht immer deine Scheißantwort sein, immer so f***durch zu bleiben. Nee, aber warum, warum soll ich mich aufregen? Es ist überhaupt kein Grund, ich hab verkackt, ich bin auf den Arsch gegangen. Hast du gesehen, war das fair? Ja, das war fair. Hast du gesehen, wie er mich nachgeäfft hat und die fucking Scheiße letzte Woche? Chill, chill. Außerdem, du hast überhaupt gar keine Diskussionsgrundlage, sei mal dankbar, dass jemand rausgekommen ist, um dir zu helfen. Ja, chill mal, weil in dem Ding hätte ich sowieso nicht getappt. Möchtest du noch?